Herr Kreiner, Bratwurst oder Käsekreiner? Käsekreiner. Wo sind Sie lieber, im Nationalrat oder im Untersuchungsausschuss? Naja, das gehört ja irgendwie zusammen. Also ich bin im Parlament und ob ich da jetzt im Finanzausschuss, in einem Untersuchungsausschuss oder in einer Plenarsitzung bin, ich mache einfach überall meine Arbeit. Wo sind Sie lieber, Wien oder Kalifornien? Wien. Bier oder Wein? Wein. TikTok oder Instagram? Auch wenn es ein bisschen peinlich ist für mein alter TikTok. Es geht schneller. Wieso das? Weil es schneller ist. Instagram ist ein bisschen, im Vergleich dazu, sehr langsam. Rapid oder Austria? Austria. Koalition mit den KPÖ oder den NEOS? Koalition kann man nur mit denen machen, die im Parlament sind. Und nur die NEOS sind im Parlament. Ob es sich für eine Koalition ausgeht, ist dann immer eine andere Frage. Aber gesprächsfähig, glaube ich, bin ich mit allen Parteien. Auto oder Bahn fahren? Immer Bahn fahren. Urlaub am Strand oder in den Bergen? In den Bergen. Mit wem würden Sie lieber jetzt in die Berge, in die Ferien gehen? Mit René Benko oder HC Strache? Oh Gott. Ehrlich gesagt alleine. Ausfărung. Das war's.